Hallo und herzlich willkommen bei WSH Gaming. Ihr seht gerade den, ähm, ja, sehr schönen, ähm, egal, ihr seht schon, ich spiele Battlefield 1. Kurz zu was anderem, ich habe ein neues Headset, wie ihr vielleicht schon hört, und zwar, ähm, das Sharkzone B1, ähm, es ist ein unfassbar gutes Headset, wie ich finde. Es ist gewöhnungsbedürftig klar, weil alles ein bisschen anders ist, und die Vorteile, die sind klar, ich höre alles quasi wie 7.1, ich höre rechts, hinten das, ich höre links vorne das, ich höre links vorne das und links hinten das, dann habe ich ein Kabel dabei, das ich quasi, oder das Headset ist ursprünglich eigentlich auf ein Kabel, kann man aber mit einem mitgelieferten Kabel von Sharkzone, ähm, auf Rechner, also quasi, dass man einmal ein Mikrofon-Button hat und einmal ein Lautsprecherkabel hat, mit einem, und dieses Kabel hat dann eine generelle Laut-Leise-Regel und, ähm, eine generelle Mute-Knopf, den man on-off machen kann, und, ähm, ja. Und dann noch, ist, die Mikrofon-Qualität spricht für sich, ist, hab ich noch nicht gesehen, dass solch ein Headset, was in dem Preisbereich liegt, solch eine Mikro-, solch eine wirklich hervorragende, hervorragende Mikrofon-Qualität hat, scheiße, egal. Ähm, es ist, wenn man sich mal dran gewöhnt hat, so wie ich jetzt, es ist unfassbar angenehm zum Tragen, ähm, die Verarbeitung, die ist gut, ähm, und ja. So, you done. Auf ins Gameplay. Kurz, ähm, hier, jetzt werden einige sagen, es ist bestimmt... Oh Gott, bin ich heute schlecht. Hier werden sie bestimmt sagen, es ist berückplatziert. Nein, ich hab's schon komplett selber gekauft. Ah. Ich hab's, ich hab's nur komplett selber gekauft. Das ist mich kein, äh, Product Placement. Ach, Mann. Und, ähm, genau. Die Nachteile, die sind, ähm, ein bisschen, man muss sich an das Headset gewöhnen. Das ist der erste Punkt, der so ein bisschen negativ ist, aber nicht ausschlaggebend. Der zweite ist, dass man jetzt, wenn man manchmal auch ein Off macht, also quasi mit dem Adapter das macht, dass man dann ein Knacken hat, dass man halt hört, aber ich, meiner Meinung nach, ist, ist es normal. Aber ich sag mal trotzdem, es fällt halt auf. Und sonst gibt's eigentlich mehr Positives als Negatives. Ich würde das Headset klipp und klar weiterempfehlen. Und, ja. No, so. Fertig mit, ähm, von meinem neuen Headset erzählt. Jetzt auf ins Gameplay. Fertig. So, komm. Ich will rein. Warum darf ich nicht? Wir haben Einsatzziel Emil erobert. Nein, ich bin beim Smorgi-Sport scheiße. Also, elf für euch. Wir zocken Battlefield 1 auf Ultra. 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 Auf Ultra in Full HD. Also quasi 1290 auf 1080p. Und... Falls irgendjemand lustig mal mit mir zu spiel, da mir was beizumachen, weil ich bin absolut im Not im Battlefield. oder generell gerade schon. Dann kann er was gerne machen. Einfach mal unten in den Kommentar schreiben, wie der Bock hat, mit mir zu spielen. Wir werden mir schauen, was wir machen können. Wir haben Einsatzziel Emil erobert. Ah, nein! Apropos hat alles ringsrum explodiert und ich weiß nicht, das andere. Ah, nein! Nein, scheiße. So gut, egal. Schnell ins... schnell wieder aus und schnell weiter sind meine Kollegen hier und lass mich joinen ach ne lol, komm hier drauf yo, geil einfach nur damit die denken, what the fuck das hat sich jetzt schon gelohnt genau und ich werde definitiv eine Battlefield 1 Session machen allerdings weiß ich noch nicht wann das ist momentan so ein bisschen das Problem dass ich nicht von der Zeit her aber da ich halt momentan keinen Mähter von alleine ist halt ein bisschen kacka ein bisschen Mist ein bisschen bescheiden was denn unser Luftschiff ist unterwegs Aua wir haben Einsatzziel Emil verloren ich hab's echt nicht raufen das Sniper der Feind hat die Oberhand Pistelfilz ja gut Pistelfilz ähm lol wo steht denn der steht der ganz oben wir haben Einsatzziel Friedrich verloren da ist ein röstlicher Sturmsoldat der Feind kontrolliert alle einsatzziele mehr Molition Röstlicher weiter weit weg weg leuchten hoch weg 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 Ach, komm, Wohne. Die hätte doch verrecken können. Wenn man ein bisschen, also quasi wenn man mal hört, dass ich trinke, ich nehme Chatterplay auf, da ich, also ich habe auch OBS, ja, ich streame auch, übrigens www.putsch.tv, fertig. Wir haben Einsatzziel Friedrich erobert. Und, ähm, ja. Dropped. Okay. Ja, shit happens. Ja, gut, das hat, das, das kann mir für die Katze auch ein bisschen mit. Genau. Nee, ähm, ich nehme Chatterplay auf. Einfach, dass ich meine CPU nicht unnützbelaste. Querstrich Grafikkarte. Das tut mir leid, wenn ich mal was trinke und man das hört. Komm, wir mörsern jetzt mal. Wir haben Einsatzziel Cäsar erobert. Wir haben Einsatzziel Cäsar erobert. Wir haben Einsatzziel Cäsar erobert. Oh, was ist das? Das geht mal alles, da. Wir haben Einsatzziel Cäsar verloren. Der Ziel ist verloren. Der Oben ist durch, mein Arzt. Der Oben ist durch, mein Arzt. Der Feind kontrolliert alle Einsatzziele. Loll. Liegt hier da einfach. Der Fackett. Hätt dich jetzt mal an der Seite. Verdammt, ich hab's gewonnen. Ah, shit happens. Genau. Ne, aber wie gesagt. Ich finde es echt klasse. Ist auch angenehm vom Tragen her. Und jo. Ja komm, das lohnt sich eh nicht mehr. Ach komm scheiße. Shit happens. Und jetzt. No worries, no fun. Gehen wir nochmal rein und suchen irgendwas. Niederlage. Ja. Also Leute. Ich hoffe euch hat's gefallen. Wie gesagt, es ist kein pure Replacement. Ich mach das einfach, weil ich das Headset gut finde und euch gerne helfen möchte, wenn ihr neues Headset sucht. So. So. Also. Ich wünsch euch einen schönen Abend. Es ist zu spät. Es ist 1.17 Uhr jetzt dazwischen. Ich werd mich jetzt dann ins Bett legen und wahrscheinlich. Wie gesagt. Ein schönes Wochenende noch. Haut rein. Nicht vergessen. Kommentieren, abonnieren, liken, etc. Wp. Ihr kennt das Ganze. Also. Ich wünsch euch noch. Euer WSA Gaming. Bis jemals.